Der 1919 gegründete Zion National Park erhielt seinen Namen von den ersten mormonischen Siedlern dieser Gegend. Zion bedeutet in Hebräischen so etwas wie Zufluchtsort oder Heiligtum. Längst durch den Park verläuft ein Scenic Drive mit acht Haltepunkten, die man in den Sommermonaten nur mit den kostenlosen Shuttlebussen erreichen kann. Wir sind gleich erst einmal zum letzten Punkt gefahren, um noch vor der Mittagshitze eine kleine Wanderung vom Temple of Sinawa den Riverside entlang zu machen. Musik 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 Hier in der Mitte des Parks beginnt der Aufstieg zum Emerald Pools Trail. Musik 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 Musik